Boah, das Auto, wie schnell fährt der bitte, ey. Ich hab das Gefühl, der Ding hat Raketen links und rechts, ey. Ohne Spaß, ey. Wie schnell ist der, ey? Meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Split Second. Wir nehmen mal, äh, komm, nehmen mal die hier. Wir brauchen eine Kobretti 530 GTS. Der sieht irgendwie sehr, sehr schnell aus. Ich bin mal gespannt, ey. Das letzte war, ähm, das eine oder andere Rennen war Flugzeug abschießen und das andere war so ein Punkterennen. Flugzeug abschießen, sag ich schon, äh, Hubschrauber abschießen. Dann müssen wir gucken, dass wir ein Auto finden, was relativ stabil ist, äh, von der Stärke her und relativ, ähm, viel aushält. Also ich bin mal gespannt, aber erstmal fahren wir mal das hier und das Ding Auto fährt, ey. Wow. Wow. Was ist das denn, ey? Wie der abgeht, ey. Was ist denn hier los? Wow, verdammt, ey. Das kriege ich nie so richtig hin, ey. Ich weiß nie, wo ich da herfahren soll, ey. Ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung, ey. Links kann ich nicht herfahren. Rechts kommt der blöde Truck da auf einen, zugeflogen, ey. Ah, das ist echt eine blöde Situation da, ey. Aber der geht ab, ey. Haben wir den nicht freigeschaltet? Muss ich gleich mal gucken, ey. Wahnsinn, wie der abgeht, ey. Boah, Drifts wollte ich eigentlich nicht machen mit dem. Komm, ich versuche mal hier ganz rechts zu fahren. Ah, okay. Hier können wir also ganz rechts fahren. Oh, verdammt. Scheiße. Wow. Verdammt, ey. Boah, das Auto, wie schnell fährt der bitte, ey. Ich habe das Gefühl, der Ding hat Raketen links und rechts, ey. Ohne Spaß, ey. Wie schnell ist der, ey. Heftig, ey. Wow. Ich denke mal, der hält nicht viel aus, aber der fährt wie die Hölle, ey. Wie die Hölle geht das Ding ab. Ich denke mal, das sieht man auch direkt, wie ich hier rumfahre. Wie ein Geistgestörter, nämlich. Okay, das ist einfach. Kennen wir uns ja schon langsam mittlerweile aus. Boah, aber Driften ist das Ding richtig dreckig, ey. Dürft ihr nicht zum Driften bringen, ey. Geht gar nicht, ey. So, hier durch. Dann kommt gleich nochmal das Ding. Müssen wir gleich gucken, dass wir irgendwie da durchkommen. Ja, sehr gut. Wow, jetzt fängt es an zu schlittern in Kurven. Aber das ist doch der letzte... Ah, komm. Das ist die letzte Kurve, Mann, Baby. Ja, ja, aber locker, ey. Wow. Das Auto, ey, wie geht das ab, Junge, ey. Heftig, ey. Ich bin beeindruckt, ey. Aber krank, wie das Ding abging, ey. Richtig krank. Unfassbar krank, Leute. Und wir haben die 10 Credits, die wir brauchten, ey, um den neuen Wagen freizuschalten. Ey, geil, ey. Bin schon gespannt, ey. Wird den am liebsten jetzt schon fahren. Joa, schick sieht er aus. Aber was die Werte... Was der für Werte hat, das interessiert mich, ey. Können wir allerdings in der nächsten Folge jetzt gucken. Dann werden wir direkt das hier mit dem Auto eventuell fahren. Aber muss ich mir nur überlegen. Ansonsten bis morgen.